Fresenius kann heute weiter von Übernahmeplänen profitieren. Die Börse sieht das Kaufangebot für 43 Kliniken der Rhön-Klinikum-Gruppe positiv. Sollte das Kartellamt keine Einwände haben, schwingt sich die Fresenius-Tochter Helios damit zum Marktführer in Deutschland auf. Die unsichere Entwicklung der Weltwirtschaft hatte den Kurs von BASF unter Druck gesetzt. Der Chemieriese hatte im Juni bei 76,34 Euro sein Allzeithoch markiert und musste seitdem wieder federn lassen. Weltweite Meldungen über eine langsam anziehende Konjunktur sorgen jetzt wieder für neue Kursfantasien bei BASF. Der Wert kann auch fundamental überzeugen. Mit einem KGV von 12 und einer Dividendenrendite von 4 Prozent lockt der Blue Chip zum Kauf. Merck profitiert von der positiven Marktstimmung und kann einen Teil der Verluste seit dem August hoch bei 127 Euro wettmachen. Dennoch sehen die Profis von Barclays die Aktie weiter negativ. Die Analysten belassen Merck auf Underweight mit einem Kursziel von 89 Euro. Den Ausblick für den gesamten europäischen Pharmasektor senkte Barclays von neutral auf negativ. Sorgen bereiten den Analysten die kurzfristigen Aussichten aufgrund eines anhaltenden Preisverfalls in den Schwellenländern und in Europa.